Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Clash Royale und zwar am Team von Anfang. Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Ich werde sie mit englischen Startkorbeln, der hat so lange überlebt jetzt. Ja, Level 6. Ja, wir haben keine gute Abwehr, aber auf Level 6 sind die 13 nicht die Besten. Daher kann ich es gar nicht mehr tun, weil es der Zerk ist. Und jetzt gibt es hier noch eine gute Abwehr dazu. Ich... 3-2-2-1, aber so viel Elixier. Das ist jetzt ein verstandes Unfall. Die Community kann sich leider hier einsetzen, auch wenn hier nicht wirklich gut ist. Das wird nichts werden. Man stellt sich vor, wir gewinnen jetzt. Aber wie kann dieses Game nicht mehr gewinnen? Ich hoffe, die Hintergrundsäumefekte sind jetzt endlich weg. Noch ein Buch kommt. Noch mal ein Buch dazu. Das kann ein Buch dazu machen. Man kann sich die Lichter anzeigen. Ja, noch mal das Merkstück. Ich habe leider keinen Lock. Noch nie gehabt. Das ist wohl schlecht für den Liedzeiler. Wir brauchen das Elixier noch für den Megaritas. Überraschungseingriff. Ich bin mega gekostet. Ich werde mir wirklich abhören. Ja. Oh je. Oh je... Ich wäre echt daran wunderschöeng y0.. Ich bin genauhit. Jetzt kann ich den Pektar noch mal zurückziehen. Ich bin 15 Jahren anf asked her. Wenn sie jetzt mal meine Liedzeiten werden eles verdienen. Hoffen wir mal, dass der Paya was macht dann. Ja, der Paya hat uns angegriffen. Und hat sogar noch recht. Der Kinngrube hat ja auch schon seine gute Arbeit geleistet. Jetzt gehen wir hier. Ich mach die Hexen hier hin. So. Ja. Irgendwann ist das Wemming jetzt. Aber wir sind gut dran. Und haben jetzt sogar noch einen erledigt. Und wir hätten den sicher auch noch bekommen. Und wir hätten den sicher auch noch bekommen. Wenn wir den Paya was machen. Und wir hätten mehr Zeit gehabt. Schauen wir auf Ende. Und schauen mal was heute bei den täglichen Belohnungen ist. Es gibt bei mir im Klaren Leute. Die haben alles mit Truhen voll. Und wir hätten das wohl öffnen die aber nie. Check ich nicht. Kommt mir das so günstig vor heute? Legendäre Tour. Ich hab mich nicht gepackt. Ich hab mich nicht gepackt. Ich hab mir das nicht gepackt. Aber ich... Ich bin mir nehmlich. Ich bin mir nehmlich. Und dann... Ich würde finde ich die Mut nicht so interessant. Mut kann... Und das möchte ich dann auch noch mal spielen. So was ich meinen. Töne mal einen Hut. Töne mal einen Hut. Oha wie schnell ist die Scani.... Ist der AFK? Ist der AFK? Oder was macht der, dass man die hier auf den Deckel machen kann? Ja, das ist ein paar Leute, die wir sehen. und wir haben einen dreier sieg dank unseres mehr starken peckers kann es sein dass ich aus dieser truhe jetzt nur unnötig ist gezogen haben ich hab mich jetzt im wunsch nicht so genutzt weil ich jetzt gleich wieder anbekomme das machen wir schon verletzt besser ja schon würde ich das ja so so das ist gut das ist gut Okay, das war's mit dem Video, lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefällt und ein Abo brauche ich noch und dann haue ich frühestens am Sonntag mein 40 Abonnenten ein Special-Video raus. Dann, das war's mit dem Video und tschau!